Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Ihr seht, ich habe hier Offscreen umgebaut. Ich habe zwei Kohleminer, zwei Schmelzen. Die schmelzen jeweils einmal für Nickel und Kupfer. Und mein Haus hat sich auch etwas verändert. Es steht nicht mehr dort, es steht jetzt hier. Ich glaube aber, das wisst ihr schon. Ja, komm. So. Kleines Kistenlager für Nahrung und Honig und alles. Und ich müsste mal gucken, ich glaube, ich habe sogar wieder eine Biene dabei. Ach, sogar vier Stück. Wir könnten uns eigentlich den vierten Honig-Dings hier machen. Da habe ich jetzt aber aktuell keine Lust drauf, denn in der Folge will ich mir neue Rüstung und Werkzeuge sowie Waffen herstellen. Häuser haben sich auch, ja, ein bisschen verändert. Mein Kistenlager, was ich so richtig hart feiere. Hier sieht man es auch. Ich war Offscreen wieder ein bisschen Farm und habe schon alles durchgebrannt. Und Holz war dort. Da habe ich noch nicht so viel. Ja, Kohle haben wir alles verballert. Und ich würde sagen, als erstes... Nein, das war falsch. Gucken wir mal, was wir uns so schönes craften können. Ich möchte auf jeden Fall den Flug haben. Dazu brauche ich noch Kernholz. Stehst du bitte mal auf? Danke. Und zwar, ich glaube, zehn Stück standen drinnen. Äh... Und wie viel Bronze brauchen wir? Fünf Stück. Ui, Kupfer geht aber wieder drauf. Das ist nicht schön. So, den Flug haben wir und... Oha! Kultivieren, Gras und noch irgendwas. Hier haben wir... Zepplinge haben wir freigeschalten. Das heißt, wir können uns jetzt auch unser Holz bei uns in der Base direkt anbauen. Und ich hätte gerne neue Rüstung. Dazu brauche ich aber Hörschläder. Ich brauche wieder zehn Bronze. Und da ist das Kupfer aber auch schon wieder weg. Nice. Ähm, denn eine neue Spitzhacke muss her. Nice. Die wird gleich ausgetauscht. Der Flug kommt erst einmal hier runter. Ähm, das kommt erst einmal wieder weg. Und das kommt weg. Wir holen uns jetzt das Hörschläder und ein paar Leder Schnipsel, die ich, äh, ja, alles bei mir im Kistenlager habe. Ah, dann können wir das hier schon mal raushauen. Was hat dann? Los, durch mit dir. Ähm, nein. Hier haben wir alles das, was wir brauchen. Wir nehmen uns doch noch ein bisschen Holz mit, falls wir es benötigen. Äh, das Bronze nehmen wir mit. Das nehmen wir wieder mit. Das nehmen wir wieder mit. Für die ganzen Nebengeräusche entschuldige ich mich jetzt gleich mal, denn... Ja, ich bin etwas erkältet. Und ihr müsst es entschuldigen, denn es sind Zeiten, wo es etwas kalt ist. Und da erkältet man sich auch mal sehr schnell. So, was brauchen wir denn noch? Normales Holz für das Bronze-Schild. Dann... Her mit dir. Ich bin einfach wieder überladen. Ähm, habe ich jetzt den Helm? Das habe ich... So, ja, das haben wir alles. Nice. Dann einmal das Schild. So. Das Messer haben wir ja schon. Das liegt auf Slot Nummer 6. Ähm, ich hätte gerne noch eine Axt. Da. Brauche ich Bronze. Und eventuell dann für später mal ein Schwert. Ob das jetzt noch ausreicht ist, ist die andere Frage. Ähm... Aber ich bezweifle es. Ich kann mir nur eins herstellen. Schwert oder Axt? Ähm... Wir gehen erst mal auf die Axt. So. Ähm... Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und ich muss halt wieder farmen gehen. Aber... Das stört mich schon mal überhaupt nicht. Ähm... Die Axt dorthin. Das Schild dorthin. Das da hin. Das da hin. Das da hin. Und da ziehen wir uns jetzt auch gleich einfach mal alles an. Und wir sehen recht nice aus. So muss ich schon mal gucken. Gibt es denn irgendeinen Bonus? Bewegungstempo? Oh. Hm. Aber gut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, würde ich sagen. Aber wir haben mehr Rüstung. Und das genieße ich. Denn... Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Das wollte ich sagen. Nein. Ähm... Was macht das hier? Ähm... Rüstung 2. Und der gibt Rüstung 1. Wir nehmen das hier mit. Um ganz ehrlich zu sein. Erstens. Das ist schon auf Stufe 2 upgraded. Und zweitens... Das sieht besser aus. Passt auch. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Axt an. Oh nice. Das Schild dazu. Ja. Und die Picke. War das jetzt die richtige? Ja. Schön, schön. Ähm... Okay, das haben wir. Jetzt gucken wir mal, was wir für die Upgrades noch benötigen dazu. Kann man das hier machen? Ja. Das kann man. Und wir brauchen überall wieder Bronze. Das, äh... Schön. Ja. Was machen wir da jetzt, äh? Ich möchte jetzt ungern mit euch auf Farming Tour gehen. Und das ist langweilig. Äh, wir können ja mal auf der Map gucken. Da haben wir Kupfer. Da hinten ist Kupfer. Da ist Kupfer. Ich habe im Übrigen wieder ein bisschen was aufgedeckt. Hier sind noch die Dungeons. Da ist noch ein Todespunkt von mir. Da unten ist der Uralte. Da wollen wir ja demnächst mal hin. Ähm, das Gebiet müssten wir auf jeden Fall auch noch vorbereiten. Das heißt, wir könnten regulär da hin. Ein bisschen was vorbereiten. Und das halt die Sträucher, die Bäume, alles sowas verschwindet. Damit wir, ja, ein leichtes Spiel im Kampf haben. Und alle Gegner, die uns unterwegs begegnen, werden natürlich platt gemacht. Habe ich noch Pfeile dabei? Ja, habe ich auch. Und ich habe den Flug mitgenommen. Mich hält. So, unterwegs kann man natürlich Kupfer farm, wenn wir welches finden. Das Holz würde ich dann alles natürlich dort lassen, wo der Altar vom Uralten ist. Wegen... Ähm... Ja, war ein Satz mit X. Äh, weil das muss ich... Ach du Scheiße, nicht gleich sofort alles mit mir rumschleppen. Ich denke mal, die Ärzte sind dann wichtiger. Offscreen werde ich dann demnächst wieder Palisaden, Spikes, Tore und so weiter alles bauen. Und ja. Jetzt muss ich erstmal regenerieren. Gut, Ausdauer ist da. Und wir müssen nach da schwimmen. Gegen euch wollte ich jetzt eigentlich ungern kämpfen. Sag doch mal. Jo, und da kommen schon die Ersten, aber da hinten müsste sogar eine Kiste drin sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Jo, der eine steckt einfach mal im Baum fest. So macht man das heutzutage. Für was die Goldmünzen und das Amber ist, weiß ich bis jetzt heute noch nicht. Also mal schauen. Vielleicht schalten wir ja noch irgendwas frei, wo wir das gebrauchen können. Wäre auf jeden Fall nice. Hier kommt gleich das Dungeon. Ich möchte aber gern zum Uralten. Ich würde sagen, ich renne jetzt zum Altar des Uralten und wenn ich dort angekommen bin, melde ich mich gleich wieder. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut. Und ja, wenn ich mir so die Ecke hier angucke, hier muss ich eigentlich nicht wirklich viel vorbereiten für den Uralten, ne? Ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall mir hier noch mal ein bisschen was markiert an Kupfer, was ich gesehen hatte. Und ja, ach ne, da hinten ist ein Portal von diesen Grauzungen oder wie die Dinger häsne. Ähm, ja, die Ressourcen für die Beschwörung habe ich jetzt natürlich nicht mit. Das hat den Grund, weil ich ihn jetzt noch nicht beschwören möchte. Ich würde nämlich gerne erst mal mein ganzes Zeug upgraden auf mindestens Stufe 2. Und ja, ich würde auch gerne mal die neue Hacke ausprobieren. Hier haben wir noch mal Kupfer. Das trifft sich doch gut. Ja, die geht auf jeden Fall gut ab. Oh ne, da kommt so ein Kack-Berserker. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, und natürlich kommt die auch noch mit dazu. Komm, oh nice. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so easy kriege. Na ja, dann weiter geht's. Mein Inventar müsste eigentlich auch schon wieder... Ach du, Heimatland ist das voll. Für den Uralten müssten wir ja eigentlich alles besitzen. Wir brauchen nur diese drei Samen. Und die haben wir ja schon. Ich glaube, wir haben sogar fünfe oder so. Ich müsste vielleicht mir mal hier irgendwo im Dunkelwald so ein Portal setzen, was man aus diesem roten Stein machen kann. Das können wir ja in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ähm, leider Gottes kann ich jetzt hier aber nix bauen. Weil ich leider meinen Hammer nicht dabei hab. Jetzt hätte ich mir jetzt hier eine Kiste aufgebaut. Ah, komm, keine Gegner. Wie viel Kupfer haben wir denn? Neun. Äh, das würde für das Schwert ausreichen. So, ich farm jetzt hier noch ab, bis mein Inventar voll ist. Und ja, wenn es soweit ist, sehen wir uns gleich. So, Kupfer ist abgefarmt. Und ja, wir werden uns auf dem Heimweg begeben. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall mal... Oder ich werde mich drum kümmern, dass ich solche Portale mir mal... Boah, du Heimatland, baue. Wenn ich die, ouch, gebaut habe... Ja, mal schauen. Das müsste eine Trollhöhle sein. Genau. Die ist sogar markiert. Die müsste schon leer sein, weil da ein X ist. Das X hat mich ich gemacht. Ich glaube, da bin ich mal gestorben. Ähm, ja. Das mit der Bewegungsgeschwindigkeit kriege ich jetzt wirklich arg mit. Aber das hält mich trotzdem nicht davon auf, hier mal so ein bisschen zu farmen. Weil ich kriege... Habe ich mitbekommen auch weniger Schaden jetzt, wenn mich die Krauz... Zungen, Krauzwerge, ähm, hit, ne? Und das hier müsste sogar noch mal Kupfer sein. Das leuchtet nämlich so leicht. Nice. Ihr seht's, ich kriege weitaus weniger Schaden mittlerweile. Komm, du noch. Und du noch. So. Äh, markieren wir uns das mal ganz kurz. Das wär man nämlich noch ein paar Mal benötigen. Hier haben wir auch noch mal Kupfer. Das sieht man daran, dass das so schön leuchtet. Das brauch ich jetzt aber nicht markieren. Ähm... Ja. Ah, das nicht. Da unten ist der Fluss, wo man rüber müssen, ne? Ich glaub, hier hätte ich gerade Pilze gesehen. Nice. Und hier ist auch noch mal Kupfer. Kommt, mein Kupfer. Ich verteidige erst mit meinem Leben. So. Gleich markieren. Wenn man mal so guckt, ich habe hier vier Kupfer vorkommen. Ich glaube mal, hier wird auch noch irgendwo eins sein. Oder hier auf der Seite. Da wär's eigentlich wirklich praktisch, wenn ich dann so ein... Ich weiß nicht, ist das Teleporter? Ich glaub, das ist so ein Teleportstein. Mir da hinsetze. Und dann erstmal schön offscreen nacheinander alles abfarme. Ähm, renne ich jetzt hier richtig? Natürlich nicht so wirklich. Ich schwimm jetzt hier trotzdem rüber, denn... Ich will raus aus dem Dunkelwald. Wenn ich zu Hause bin, hören wir uns gleich wieder. Da sind wir zurück. Und ich auch. Und zwar in meiner wohlbehaltenen Base. Gerade frisch angekommen. Und... Und... Ja. Wenn wir jetzt erstmal ganz schnell hier alles reinschmeißen und durchbrennen. Äh, ich brauch noch ein bisschen Kohle. Gebt mal her das Zeug. Es tut mir leid. Ich muss halt immer klicken, denn... Irgendwie kann man das nicht so einzeln reinmachen. Also... Im 20er Packen reinmachen. Ähm, wir haben hier ein bisschen Holz. Hier haben wir Feuersteine. Äh, davon haben wir mehr als genug. Wir haben aber auch wieder ein paar Köpfe. Die haben wir nämlich hier. Die Augen haben wir hier. Wo haben wir denn die Knochen? Da. Wir haben aber wieder zwei Fackeln, wenn ich das jetzt richtig gesehen hab. Ähm. Zwei... Ne, eine Fackel. Zwei Level 1er haben wir. Okay. Wo ist denn... Ach, das ist meiner. Gott. Dann haben wir natürlich auch wieder ein bisschen was zu fordern dabei. Alles, was wir jetzt hier lassen können. So, ein paar Bären. Doch, da ist noch eine zweite Fackel. Ich wusste es doch. Äh, da unten. Ja. Es war recht ergiebig, muss ich sagen. Okay, ich muss zu beiden Tischen gehen, wenn ich alles repariert haben will. Das ist weird. Das hätte man noch alles in einem machen können. Also, so denke ich mir das. Ähm. Wir gucken jetzt noch am Ende, was wir für das Schwert brauchen, ne? Ähm. Ich muss Bronze. Bronze, Bronze, Bronze. Hier unten ist das Bronzschwert. Hier. Oh. Acht. Und noch zwei Leder. Also, hier. Lederfetzen. Hier holen wir uns auch noch. Dann holen wir uns das hier gleich mit raus. So. Oh, der Streitkolben wäre aber auch nicht schlecht. Der macht, äh, 13 bis 23. 9 bis 18. Ähm. Das Ding ist aber schlecht. Okay, mein Speer ist aufgewertet. Oh, der Streitkolben wird auch direkt mit dem Speer ersetzt. Hinterhältigkeit 30 Mal, äh, 3 Mal, Rückstoß 40. Da ist der Streitkolben aber bei Weitem besser. Wir machen uns den. So, der Streitkolben wird auch direkt mit dem Speer ersetzt. Brauchen wir denn noch irgendwas? Eigentlich nicht. Gucken, vielleicht können wir noch ganz kurz... Ne, das wird nicht reichen zum Upgrade, ne? Äh, das da rein. Das da. Das Holz war hier. Und... Das war hier drinnen. Okay, jetzt gucken wir mal. Ist denn hier noch was drinnen? Nein. Hier ist... Sind noch zwei drinnen. Okay. Genau, nach diesem Portal wollte ich noch mal gucken. Danach wollte ich noch mal gucken. Dazu brauche ich aber mein... Hammer. Hammer, Hammer. So. Warum hat ich das Kupfer alles im Gepäck? Naja. Hier, Portal. Wir brauchen 10 Augen, 20 Edelholz und... Zwei von diesen Steinen. Haben wir... Oh, ja. Aber nur 30. Okay, ich würde sagen, das werden wir... In der nächsten Folge machen. Ja, ne? Denn da werden wir das allererste Mal in einen anderen Bauchfällen als Standard. So, ich muss noch ganz kurz den letzten Rest hier machen. So, ich hoffe, euch hat die Folge bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Ganz besonders der Daumen nach oben ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genächster Tag und bye-bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.